Im Laufe der Zeit haben sich bei mir zu Hause ein paar Sims-Produkte angesammelt, die ich euch in diesem Video alle vorstellen möchte. Als Sims-Youtuber habe ich nicht nur alle Erweiterungen, die es für die Sims gibt, um das in den Videos vorstellen zu können, sondern ich habe mittlerweile, seitdem ich mit diesem YouTube-Kanal angefangen habe, auch ein paar Merch-Sachen von den Sims angesammelt, die ich euch in diesem Video mal ein bisschen vorstellen wollte und mal zeigen wollte, was ich alles so in meiner Sammlung habe, auch an echten Sachen, die es so von den Sims gibt. Das wahrscheinlich offensichtlichste Sims 4-Produkt, was ich habe, ist dieses Plakat, was man auch in allen meinen Videos im Hintergrund sehen kann. The Cowplant fand ich eigentlich an sich ganz witzig, deswegen habe ich es mir auch gekauft und es hängt jetzt hier immer im Hintergrund. Ich habe es bloß leider, weil ich sehr schlau bin, in der falschen Größe bestellt und deswegen sieht es da manchmal ein bisschen verloren aus. Ich bin aktuell auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich da noch irgendwas anderes hinhängen soll. Eigentlich dachte ich, das Plakat ist deutlich größer, aber ist es leider nicht. Und ein paar weitere Sachen, die ich von den Sims gekauft habe, ist dann als nächstes, glaube ich, dieses Handtuch mit einem lustigen The Sims Print. Man sieht hier den Plumbob, man sieht ein Sim aus dem Basisspiel und ein paar andere Sachen, die mit den Sims zu tun haben. Ehrlicherweise habe ich es noch nie so wirklich benutzt und was ich auch nicht so ganz verstehe, da sind so kleine grüne Flecken drauf. Ich glaube, das Handtuch war sogar relativ teuer, deswegen, ja, eigentlich ein bisschen komisch von der Qualität, jetzt nicht so gut, aber ich fand, es sieht auf jeden Fall eigentlich ganz witzig aus. Und ich glaube, wenn man damit am Strand oder am Freibad liegt, dann weiß, glaube ich, jeder sofort Bescheid, okay, das ist ein waschechter Sims Nerd. Dann eine weitere Sache, die ich mir geholt habe, ist dieser Sims Block hier, der ist bisher noch leer. Ja, ich weiß nicht, ich schreibe mir ehrlich gesagt auch alles lieber so ein bisschen in mein Handy rein. Das ist an sich praktischer, aber der ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Mir gefällt auch diese Außengestaltung, ein Artwork, was wir, glaube ich, auch noch nicht hatten, also was für diesen Block entworfen wurde, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und ich meine, wer weiß, vielleicht schreibe ich da irgendwann auch nochmal was, vielleicht mit dem YouTube-Kanal hat, irgendwie rein, da schauen wir auf jeden Fall mal, was da noch so passiert. Dann als nächste Sache, die ich mir so von den Sims gekauft habe, ist dieses Shirt hier, man kann es, glaube ich, eigentlich ganz gut sehen. Angezogen sieht das dann so aus. An sich finde ich es auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Ich glaube schon daran, dass es noch in dieser alten Gestaltung von The Sims 4 ist, kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass es ein bisschen älter ist. Aber ich fand es auf jeden Fall eigentlich ganz witzig. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Shirt erstellt wurde, war Werde berühmt noch die neueste Erweiterung. Aber an sich gefällt mir das eigentlich auch recht gut. Ich habe es ab und zu an, lässt sich von den verschiedenen Farben jetzt nicht so gut zu einem kombinieren. Aber manchmal auch sonntags oder so, wenn man einfach mal auf dem Bett liegt und nichts macht, ist es auf jeden Fall oft das Shirt meiner Wahl. Dann als nächstes die wohl kleinste Sache, die ich habe, ist diese kleine Kuhpflanze hier. Ja, sie ist wirklich vom Maß jetzt nicht wirklich riesig. Im Regal kann man die auch schnell mal übersehen. Und wie man sieht, fehlt da leider ein kleines Hörnchen. Aber ich fand die so genial. Das hat mal jemand in einen Online-Shop eingestellt, wo Leute ihre selbst gebastelten Sachen verkaufen können. Und an sich, ich hatte vorher noch nie wirklich was, was richtig mit den Sims zu tun hatte. Und das war dann gefühlt meine erste kleine Skulptur in riesig, in groß. Hier so für das Regal wäre es fast noch ein bisschen cooler. Die Idee ist auf jeden Fall gut. Und ich denke, da kann man so einen Künstler auch mal finanziell ein bisschen unterstützen, um dann so was Lustiges im Regal stehen zu haben. Klein, aber fein, würde ich mal sagen. Dann als nächstes eine weitere Sims-Sache, die ich habe, die aber jetzt nicht unbedingt was mit Merch zu tun hat, sind diese D-Sims 3-Magazine, die ich mir mal gekauft habe. Also es gab zu Zeiten, glaube ich, bis zu ungefähr D-Sims 4 an die Arbeit, gab es deutsche D-Sims-Zeitschriften, die eigentlich, glaube ich, einmal im Monat oder so erschienen sind, wo immer alles Mögliche zu den Sims drin stand. Und davon habe ich mir mal nachträglich ein paar gekauft. Hier ist anscheinend Into the Future frisch erschienen und hier geht es so ein bisschen um die Sims 3 Roaring Heights und verschiedene Guides. Da war auf jeden Fall immer ganz viel Lustiges drin. Ich kann, wenn ihr wollt, natürlich vielleicht nochmal ein eigenes Video dazu machen, weil ich das eigentlich auch ganz interessant fand. Also ganz durchgelesen habe ich mir die nicht, aber ich dachte so, für die Sammlung ist das auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Also an sich finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass die abgesetzt wurden. Es macht ja Sinn. In der heutigen Zeit liest man nicht mehr so viele Zeitschriften wie früher. Aber ihr müsst sagen, das ist doch schon irgendwie cool, wenn man so zum Briefkasten geht und dann auch irgendwas zu den Sims da drin hat. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und ehrlich gesagt, ich glaube, viele Spieler, die seit D-Sims 4 dabei sind, kennen die auch gar nicht mehr. Also dachte ich, das ist doch eigentlich ganz cool, die hier nochmal so zu zeigen. Das war es dann so mit den Sachen, die ich wirklich selber gekauft habe. Jetzt geht es zu den Sachen, die ich bei Gewinnspielen gewonnen habe. Ich habe nämlich mal bei einem Gewinnspiel der offiziellen Die Sims Seite mitgemacht und unter anderem diese Tasse hier gewonnen. Die wird von mir auf jeden Fall recht häufig benutzt morgens. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin wirklich der Meinung, wenn man eine coole Tasse hat morgens, macht es den Morgen schon fast ein bisschen besser. Obwohl es ja eigentlich an sich gar keinen Sinn macht. Eigentlich ist es ja vollkommen egal, aus welcher man trinkt. Aber ich gucke dann auch immer, dass ich mir diese D-Sims 4-Tasse schnappe und die aus der trinke auch nur ich. Was weiter in dem Paket war, was ich bei dem Gewinnspiel gewonnen habe, ist nämlich auch dieses Sims 4 Artbook. Gab es auch in der Limited Edition von D-Sims 4. Aber ich habe jetzt hier nochmal einzeln, weil ich mir nicht die Limited Edition gekauft habe von D-Sims 4. Also für wirklich waschechte Sims 4 Nerds ist es auf jeden Fall ganz cool. Hier stehen ein paar Entwicklerinfos drin, ein paar Behind-the-Scenes-Sachen, wie die Sims 4 allgemein funktioniert. Hier ein paar Concept Arts, zum Beispiel in diesem Fall hier vorige Designs vom Sensenmann, bis dann die finale Version, die man hier sieht, dann wirklich fertiggestellt wurde. Also auf jeden Fall sowas in den Händen zu haben, in echt ist auf jeden Fall irgendwie dann doch noch eine ganz coole Sache. Habe ich mich auf jeden Fall auch drüber gefreut, als ich da mal durchgeblättert habe. Habe ich auch schon länger nicht mehr reingeguckt, fällt mir gerade auf. Und jetzt hier an der Stelle nochmal ein kleines Highlight, den D-Sims 4 Plumbob als Haarreifen. Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Also leider schwebt er natürlich nicht in der Luft, wie das bei den Sims ist, aber wenn man den so aufzieht. D-Sims 5 mit einem realistischen Stil lässt grüßen. Ja, ich glaube, zu Karneval oder so kann man den eigentlich ganz gut anziehen. Ich merke gerade, der ist auch gar nicht mehr so fest hier oben. Müsste ich nochmal gucken, wie ich das korrigiert bekomme. Also es ist auch total witzig. Ich bin mit einem ähnlichen Plumbob, der noch geleuchtet hat, über die Gamescom gelaufen. Und da war es dann so, dass selbst Spieler, die nicht so viel mit den Sims zu tun haben, wirklich erkannt haben, dass es sich hier um die Sims handelt. Also das macht auf jeden Fall Eindruck, würde ich sagen. Als nächstes in dem Paket war noch dieser Sims 4 Notizblock. Der ist im Gegensatz zu dem anderen nicht festgebunden, sondern hier nur mit so einem quasi Karton einbann, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie man sieht, auch sehr leer. Habe ich noch nicht so viel reingeschrieben. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn man das vollgeschrieben hat. Dann kann man den ja eigentlich nur so gut wie wegwerfen. Deswegen finde ich das fast ein bisschen zu schade, irgendwas da reinzuschreiben. Aber vielleicht steht da auch irgendwann mal was drin. Und als nächstes war in diesem Gewinnspielpaket noch dieses Sims 4 Frisbee. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist eine grüne Frisbee, auf der ein D-Sims 4 Logo drauf ist. Ich bin nicht so der Frisbee-Spieler. Deswegen habe ich hier auch noch nicht so viel mitgespielt. Aber ich habe sogar zwei Frisbees. Ja, naja. Was soll man dazu sagen? Es ist eine grüne D-Sims 4 Frisbee. Mega. Jetzt habe ich hier links für euch nochmal eine kleine Übersicht an Sachen, die in diesem Gewinnspielpaket drin waren. Wie man sieht, noch zwei andere größere Sachen, die ich aber leider nicht mehr habe. Beziehungsweise den Sims Grill, den ihr hier seht, auch in grün, gibt es leider nicht mehr in der Form. Ja, ich habe tatsächlich einen Sims Grill gewonnen. Der war auch wirklich mega cool. Hat uns gute Dienste geleistet. Habe ich mit Freunden viel gegrillt. Und dann, ja, ist er irgendwann ein bisschen verloren gegangen. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo der ist. Aber er, ja, er war eigentlich ganz cool. Es ist halt so ein kleiner Kugelgrill. Und mit so einem Kugelgrill kann man halt leider nicht so gut grillen, wie mit einem richtigen Grill. Aber für das, was er war, war er echt cool. Vor allem zum Mitnehmen sehr praktisch. Muss ich sagen, ein bisschen schade, dass es den nicht mehr gibt. Und, ja, ein D-Sims 4 Windrädchen. Nein, da war dann so ein Sims 4 Logo drauf. Habe ich jetzt auch nicht so wirklich benutzt. Habe ich nicht in den Garten gesteckt. Ja, das liegt hier bestimmt noch irgendwo rum. Aber ich habe es jetzt für dieses Video leider nicht gefunden. Aber wie ihr seht, das war dann so das, was ich mit dem Gewinnspiel gewonnen habe. Aber, ja, das war es soweit mit den Sims Produkten, die ich so habe. Leider kann man viele davon gar nicht kaufen. Also jetzt zum Beispiel die eben gezeigten Merch-Sachen, die ich in dem Gewinnspiel gewonnen habe. Die gab es leider nur auf der D-Sims Facebook-Seite, die es damals noch gab. Das war die deutsche Facebook-Seite, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Deswegen an viele Sachen kommt man nicht ran. Zum Beispiel diesen Plumbob, den kann man leider auch nicht so in der Art kaufen. Aber die anderen Sachen, die ich vorhin genannt habe, habe ich auch ein Video zugemacht, wie ich die bestellt habe und wo ich mich im Sims Merch-Store umgeguckt habe. Das findet ihr jetzt auch nochmal links in der Endcard. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und, ja, dann würde ich sagen, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von den Sachen ihr am coolsten fandet. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mein Favorit ist fast dieser Plumbob, weil er einfach irgendwie so witzig ist. Ja, Sims Grill hatte auch was, war natürlich praktisch. Da würde mich eure Meinung natürlich auch interessieren. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.